Ich möchte diese zweite Stunde mit einem Zitat aus einem alten Buch vorlesen, das heißt Erziehung, in dieser Ausgabe von 1909, auf Seite 28, steht Folgendes. Christus ist das Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Wie jedes menschliche Wesen durch Christus Leben hat, so empfängt auch jede Seele durch ihn Strahlen des göttlichen Lichtes. In einem jeden Herzen wohnt nicht nur Verstandes, sondern auch geistige Kraft, ein Gefühl für das Rechte, ein Wunsch zum Guten. Aber gegen diese Grundsätze kämpft eine widerstreitende Macht. Die Folgen des Essens von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen werden in der Erfahrung eines jeden Menschen offenbar. In seiner Natur liegt eine Neigung zum Bösen, eine Kraft, welcher er ohne Hilfe nicht widerstehen kann. Um ihr zu widerstehen, um das Ideal zu erreichen, welches er in tiefster Seele als das Alleinwürdige anerkennt, kann er nur in einer Macht Hilfe finden. Diese Macht ist Christus. Das größte Bedürfnis des Menschen ist das Zusammenwirken mit jener Macht. Sollte dieses Zusammenwirken nicht bei allen Bestrebungen der Erziehung das höchste Ziel sein? Das heißt, es gibt in uns Dinge, die Art und Weise, wie uns Gott gemacht hat, die nichts Böses an sich haben. Wir haben Erwartungen und Bedürfnisse. Diese sind alle von Gott gegeben. Aber etwas in uns stimmt nicht, was uns all das Übel einbringt. Und das ist an einer Stelle gelegen, wo wir selber nicht hinkommen, wo nur Christus uns beistehen kann, dass wir es auch umsetzen können. Und hier bedarf es eines Zusammenwirkens. Dieses Zusammenwirken ist das, was mich letztendlich am meisten beschäftigt. Ich will nämlich in meiner Beziehung zu Gott herausfinden, wie kann ich umsetzen. Wie kann ich diese Macht, die ja zur Verfügung steht, in mein Leben einbeziehen und sie damit dann auch zu realisieren, sie auch umzusetzen. So, diese Zusammenwirkung sollte, sagt sie hier, doch das Bestreben jeder Erziehung sein. Jede Erziehung das höchste Ziel sein. Das heißt, wir Menschen gehen in unserem christlichen Denken in zwei Extreme. Das eine Extrem sagt, und kümmert sich um das, was Gott für dich getan hat. Und bleibt dabei stehen. Du kannst nicht, du weißt nichts, Gott tut alles für dich, du bist erlöst, um alles andere musst du dich nicht kümmern. Und die andere Seite ist die, wo der Mensch es tut und tun will. Er hat erkannt, das ist richtig, aber er tut es aus eigener Anstrengung. Und versucht es, aus sich selbst heraus zu können. Aber die Extrembeispiele zeigen uns, dass wir aus uns heraus das nicht tun können. Bei den Leichteren möge es sein, dass wir ja mit ein bisschen Selbstdisziplin es schaffen können, uns zu beherrschen, bis zu einem gewissen Grad. Aber es gibt einen Punkt, wo du nicht weiterkommst, ganz egal, was du tust. So, die eine Seite denkt, Christus tut alles für mich und er tut auch alles in mir. In dem Sinne, ich muss mich ihm nur hingeben. Und lass ihn arbeiten. Ja, es gibt sehr häufig der Grundgedanke. Dass ich ja nur Christus erlauben muss, in mir zu wirken. Aber das hat zur Folge oder das hat zur Grundlage die Idee, er muss mich beherrschen. Das kann Gott nicht. Es wäre gegen die Art und Weise, wie er uns gemacht hat. Ja, es gibt keine Beherrschung bei Gott. Jeder tut das, was er weiß, ist richtig. Nicht das, was Gott ihm diktiert zu tun, so wie einem Roboter. Besessenheit ist nicht die Wahrheit. Wir sollen nicht von Gott besessen sein oder vom Teufel besessen sein. Das ist nicht. Ja, wir können vom Teufel besessen sein, aber nicht von Gott. Unter Gottes Führung ist das Wesen so, dass es frei ist, zu tun aus freier, sage ich jetzt mal, Entscheidung. Weil es liebt, das Richtige zu tun und nicht, weil es es gezwungen ist, zu tun. So, wenn wir hören, ich übergebe mich Christus und lasse ihn tun, dann müssen wir wissen, das klingt irgendwie komisch. Und auf der anderen Seite, wenn jemand kommt und sagt, du musst dich anstrengen und anstrengen, das hat auch einen Teil Wahrheit, aber wenn ich es aus mir heraus tue, komme ich nie zur Fruchtbringung. Ich brauche Christus, damit ich das tue. So muss ich verstehen, es ist das Zusammenwirkung von Christus und mir. Es ist nicht eine Passivität, dass ich sage, Herr, mach du. Sondern er macht mir manche Dinge klar und ich kann dann aus diesen Dingen zusammen mit ihm handeln. Um ein Beispiel zu geben. Als ich mich ärgerte, weil meine Frau nicht fertig war, wurde mir klar, okay, ich habe noch einen Haken in mir, der dazu führt, dass wenn etwas passiert, wo ich schnell zum Flughafen muss oder was auch immer, ich dann in die Not komme und weiß nicht, wie ich reagieren soll. So gehe ich in meiner Zeit zu Gott. Ich habe erkannt meine Not. Ich habe sofort gesagt, ich habe gefehlt. Ich habe es schnell erledigt. Aber, ich muss zu Gott gehen und jetzt muss ich ihn fragen, wie hätte ich doch besser handeln können? Ja? Deshalb ist es entscheidend, dass wir in unserer Zeit mit Gott unser Leben auf den Prüfstand stellen. Ich gehe jeden Morgen, deshalb gehe ich in den Wald spazieren und spreche mit Gott und gehe noch mal durch den letzten Tag und besonders die Fehler des letzten Tags. die müssen mir bewusst werden, damit ich sie korrigieren kann und ich bitte dann Gott mir zu zeigen, wie wäre diese Sache besser gewesen zu lösen? Wie hätte ich reagieren sollen? Weil braucht man auch eine Lösung für den Konflikt oder braucht man sie nicht? Ja oder nein? Will ich, wenn nächstes Mal meine Frau unpünktlich ist oder sein sollte, mich wieder ärgern? Wie will ich vorgehen? Damit ich auch pünktlich zum Flughafen komme und dass ich auch nicht mich ärgere und wieder Magenschmerzen kriege. Ich brauche also eine Strategie. Ich muss wissen, wie ich handeln muss. Dass es zusammenwirkt. Es reicht nicht, dass ich erkenne meinen Fehler. Ich muss sehen, die Wurzel des Fehlers und muss diese Wurzel an dieser Stelle aus meinem Leben entfernen. Damit, wenn die Situation wieder entsteht, ich eine Lösung parat habe. Die habe ich gelernt, weil ich weiß, aha, Jesus würde so handeln, die Lösung wäre so und die Liebe würde das und das tun. Und dann kannst du es tun, vielleicht das erste Mal, das zweite Mal noch nicht, das dritte Mal noch nicht, aber beim vierten, fünften Mal fängt es an zu klappen. Dass du das auch umsetzen kannst. Das geht dann nicht mehr so schnell, wie du denkst. Ich dachte früher, der Zorn kommt so schnell, ich habe keine Zeit zu entscheiden. Heute weiß ich, es ist so viel Zeit. Aber der Zorn kommt in hundertstel, wenn nicht millionstel von Sekunden, wo du berechnest. Und dann denkst du, du kannst nicht entscheiden. Nein, nein, du kannst die Situationen, wenn sie kommen, berechnest du sie. Aber hast du dann in deinem Geist schon einen klaren Grundsatz stehen, kann dich der Grundsatz vom Fehlverhalten retten. Deshalb ist Christus das Licht, das in diese Welt kommt. Und er erleuchtet uns, er zeigt uns, wo wir eine Not haben, aber es reicht nicht, dass du weißt, wo du die Not hast. Du musst jetzt auch in der Zusammenarbeit mit ihm wissen, wie erledige ich die Not. Muss diese Frau eine Lösung haben? Ja oder nein? Ja, sie muss eine Lösung haben. Sie muss wissen, wie sie handeln soll. Deshalb muss sie verstehen, wo ist ihr Problem? Wo ist mein Problem, dass ich mich ärgere? Wenn ich das nicht verstehe, wo die Kraft Christi wirken muss in meinem Leben, dann kann ich es auch nicht umsetzen. Deshalb ist die Zeit mit Gott eine intensive Zeit, weil du hast eine Menge Dinge zu herrschen. Es ist ja nicht so, dass ich in den Wald gehe und sage, du hast mich heute Nacht gut schlafen lassen, gut, das sage ich. Dann sage ich, gestern war das und das und das. Meine Güte, wie konnte ich das tun? Ich habe es doch gelernt, ich weiß es falsch. Ich habe es schon kalkuliert. Und jetzt? Warum ist es mir wieder entkommen? Wo war der Eckpunkt? Wo war die Kante? Wo war die Blindheit, die mich geblendet hat im Augenblick der Versuchung? Weil die muss ich ja entdecken. Die muss ich in mir sehen und da muss ich dann Christus anstelle tun. Wo seht ihr den Prozess? Ich brauche eine Strategie. Ich muss wissen, wie muss ich in der Situation der Not sie lösen. Weil ich muss sie lösen. Aber ich muss sie in einer Art und Weise lösen, dass es immer Liebe bleibt und mein Körper dadurch nicht von mir beschädigt wird. Deshalb gibt es ein paar Schritte in unserem Geist, in unserem Herzen, die wir verstehen müssen. Und dieses Zitat von über 100 Jahren beschreibt es. Das heißt, es lässt es zu erkennen, dass sie eine ganze Menge verstanden hat davon. So, ich male jetzt mal unser Herz oder unseren Geist. Und unser Geist ist so, dass er eine Tür hat. Und diese Tür kann nur ich öffnen. Niemand anders. Und deshalb muss ich das wissen, wem ich und wie ich diese Türe öffne. So, alle Informationen, die von außen kommt, kommt nur bis zur Tür. Es kann in unseren Geist nichts hineinkommen, was wir nicht hineinnehmen. Der Geist ist völlig autark. Ist völlig selbstständig. Wir werden nur sehen, warum es nicht mehr ist heute. Aber so, wie Gott geschaffen hat, funktioniert er nach einer Regel, wo dich niemand geistig bestimmen kann. Es gibt keine geistige Gewalt. Die geistige Gewalt ist nur eine Illusion. Sie ist ein Betrug des Geistes. Weil niemand kann über meinen Geist Gewalt ausüben. Weil es geht nicht. Der ist völlig fest. Der ohne mein Dazutun kann niemand mich beleidigen. Niemand kann mir wehtun in meinem Herzen, ohne dass ich es selber tue. Das ist so schwer zu erklären. Aber das ist ja das Licht, dass uns Christus kommt in die Welt. Sie müssen uns das klar machen. So, soweit ich jetzt bin, habe ich drei Schritte gesehen, die an der Tür stattfinden. Die ganz normale Schritte sind, sie finden nur in Millionstel Sekunden statt. Der Geist ist eine sehr schnelle Einheit. Und er findet so schnell statt, dass wir nicht uns Rechenschaft geben, wie es tatsächlich passiert. Ich kann es nur durch die Erfahrungen über die Zeit erklären, wie es passiert. Das heißt, mein Geist, wenn eine Information an die Tür kommt, macht Folgendes. Als erstes, er muss die Sache bewerten, abwägen. Es kann nichts hineinkommen, weil es er nicht bewertet oder abwägt. Es können Dinge hineinkommen, die er schon vorher abgewägt und bewertet hat und als richtig gefunden hat, und dann kommen sie rein. Und er wägt sie jetzt nicht mehr ab, weil er sie schon mal abgecheckt hat. Aber grundsätzlich kann keine Information einfach rein, die er nicht bewertet. So, das Bewerten der Situation ist Gott gegeben. Es muss sein. Sonst kann ich ja die Tür nicht öffnen. Ich kann nicht entscheiden, was ich tue mit der Information, die hier ankommt. So, ich sehe, dass meine Frau unpünktlich ist. Und das führt uns, dass wir unpünktlich zum Flughafen kommen, eventuell. Die Bewertung ist richtig oder falsch? Ist richtig. Okay? Die Frau im Beispiel sieht ihren Mann und ihre beste Freundin sie betrügen. Die zwei bewertet sie es richtig, dass sie etwas Falsches tun? Ja. Dieser Schritt ist richtig. Gott hat in uns hineingelegt, dass wir zwischen Gut und Böse entscheiden müssen. Wir müssen es immer bewerten. Ja? Dieser Schritt ist auch nicht falsch. Er ist richtig. Der zweite Schritt ist auch richtig. Nämlich, Gott hat uns eine natürliche Abneigung gegeben gegenüber dem Bösen. Das heißt, wenn ich hier bewerte etwas und ich bewerte es negativ, bin ich automatisch dagegen. Natürlich. Zum Beispiel Pünktlichkeit, Unpünktlichkeit. auch die, die unpünktlich sind, sind gegen Unpünktlichkeit, wenn ihnen die Unpünktlichkeit gebracht wird. Ja? So. Wenn ich unpünktlich bin, ist es kein Problem, aber wenn jemand mit mir unpünktlich ist, dann kommt es zum Problem. Ja? Da weiß der Geist eines jeden Menschen, das ist falsch. Wenn er es tut, weiß er es nicht unbedingt. Aber wenn ihm die Unpünktlichkeit begegnet, dann muss er sich gegen diese Unpünktlichkeit wehren. Automatisch. Ja? Es ist nicht viel Spielraum, dass er sagt, okay, ich bin ja auch unpünktlich, also, nein, nein. Das ist dann nicht so. Sondern ich bewerte es, es ist negativ, ja? negativ und positiv, wie auch immer wir das nennen, gut oder böse. Zweitens, ich habe eine natürliche Abneigung gegen das Böse. Und das ist eingebaut. Wäre ja schlimm, wenn wir keine Abneigung hätten gegen das Böse, oder? Wäre ja schlimm, wenn die Lüge uns gefallen würde, wenn das Verbrechen gut ist, wenn die Untreue etwas Gutes ist. So, es ist Gott gegeben, dass wir entscheiden können, dass wir beurteilen können und dass wir automatisch gegen das Böse vorgehen. Ja, wir haben eine natürliche Abneigung gegen das Übel. Aber jetzt kommt der dritte Schritt, den ich so weit anziffern konnte in unserem Denken. Jetzt kommt die Bewertung nicht nur der Tat, sondern jetzt kommt die Bewertung in Bezug wer hat den Schaden durch das Negative, das passiert ist. So, wenn meine Frau unpünktlich ist, wer hat den Schaden? Nun, wenn wir beide zum Flughafen müssen, ja, könnte man so sagen, was denke ich, was denke ich, wer hat den Schaden, wenn meine Frau unpünktlich ist? Sie oder ich? So, hier diese Bewertung, auf wen bezieht sich jetzt das Negative? die ist die Entscheidende in der ganzen Sache, wo sich die Situation in eine gute Richtung gehen kann oder in eine schlechte. So, wer hat den Schaden? Ist das Entscheidende ich oder der andere? Gucken wir uns die erste Situation an mit der Frau. deren Kind umgebracht wurde. Was denkt sie? Wer hat den Schaden? Sie denkt, ich habe den Schaden. Hier in ihrem Geist hat sie eine ich nahm das das Auge und sie denkt, ich habe einen großen oder der kleine Schaden. Großen. So, die Frau denkt was? Hier, wer hat den Schaden? Der Mann oder sie? Ja, sie denkt im Auge der Schaden der Schaden ist mein. Sie denkt durch die Taten der anderen hat sie eine Not. Dadurch geht sie natürlich aufgrund ihrer natürlichen Abneigung gegen das Böse gegen wen vor. Ja, wenn ich den Schaden habe, wir können ja jetzt die Sache berechnen, wenn ich den Schaden habe oder wenn der andere den Schaden hat, welches ist der nächste Schritt, wenn ich denke, ich habe den Schaden. Ich habe eine natürliche Abneigung gegen das Böse und jetzt denke ich, der Schaden ist mein und es ist so in der in dem Geist des Menschen, wenn er denkt, er hat den Schaden, er kann ihm Schaden nicht sein, das erkläre ich in den Gesundheitsvorträgen, wieso das so ist, wie wir gemacht sind, wir können einen Schaden nicht auf uns ruhen lassen, wir müssen aus ihm raus, also wenn ich den Schaden habe, dann folgt daraus automatisch Selbstmitleid. Das kann man nicht sehen, weil es so schnell läuft und die meisten Menschen, wenn sie klagen, wissen nicht, dass es Selbstmitleid ist, was sie tun. Sie denken, sie klagen und es tut ihnen gut. Nein, Klagen kommt aus Selbstmitleid. Und Selbstmitleid führt zu Gewalt. Was würde diese Frau tun, wenn sie die Freiheit hätte auf den Mörder? Was würde diese Frau tun, wenn sie die Freiheit hätte ihrem Mann und ihrer Freundin gegenüber? Was würde sie tun? Ja, sie würde also Gewalt anwenden. Den Mann würde sie treu machen und die Freundin würde sie töten. das ist die Wahrheit. Ja, so denke ich. Versteht ihr, wie die Gewaltzone kommt? Der Zorn kommt, weil ich den Schaden habe. Genau, ja. Selbstmitleid führt zu Gewalt. Gewalt kann sich in verschiedenen Formen äußern. Und die Gewalt macht dann die Krankheit im Körper. Wenn wir hier noch den Körper dazu malen, dann kommt das hervor. Deshalb wird die Frau depressiv. Sie würde ja gerne das Problem beheben, aber sie sieht sich selbst im Schaden. Wenn sie jetzt sehen würde, der andere ist im Schaden, was würde daraus folgen? wenn sie sagt, aha, ich lebe jetzt 20 Jahre mit diesem Mann zusammen und jetzt hat er plötzlich Flausen im Kopf wie irgendwas anders und er verguckt sich in die Freundin. Was offenbart das vom Mann? Eine große Armut, oder? Also, wenn ich den armen Arm sehe, was kommt in mir auf? Natürlich. Ich habe eine Arme Erknallung gegen das Böse, aber wenn ich sehe, dass dem anderen Böses passiert, dann habe ich eine natürliche Neigung des Mitleids im Gegenüber. oder des Helfens, oder? Das ist Mitleid. Mitleid führt nicht zu Gewalt. Mitleid führt zu einer Abwägung, wie kann ich am besten helfen, mit der Notwendigen, mit dem Notwendigen Abstand zu wissen, okay, was soll ich tun? Aber Mitleid ist gewaltfrei. Das führt zu keiner Krankheit im Stressfall, sondern ich bleibe gesund. Man kann die Schritte noch ein bisschen verfeinern, aber so als Übersicht. Die ganze Entscheidungsgeschichte findet hier statt, wo ich wissen muss, wer hat den Schaden. Es ist die entscheidende Frage, das entscheidende, was in meinem Herzen geklärt werden muss. Wenn ich das geklärt habe, dann geht die Kaskade weiter, da gibt es keine, kein Aufhören mehr. Ich sage immer so, das Zünglein an der Waage ist das hier. Ich muss wissen, wer hat den Schaden von der Sache. Und der Schade, wer hat ihn denn? Ich habe gelernt, dass die Patientin dadurch, dass sie denkt, ich habe den Schaden, krank wird. Es blockiert sie, ist unfähig zu leben. Sie geht kaputt, kann aber aus dem Schaden nicht raus. Kann sie das Kind wieder lebendig machen? Kann sie nicht mehr lebendig machen? Sie bleibt in der großen Not drin, hat keine Chance daraus zu kommen. Solange sie das so sieht, ist sie hilflos verloren. Sie hat keine Wahl, so wie Gott uns gemacht hat, wir müssen gegen den Schaden angehen und jetzt gehe ich gegen den Mörder an, ich denke, er hat mir den Schaden gemacht, ich bin vielleicht geärgert auf Gott, weil er mir es zugelassen hat, das Ganze und so bin ich in einer großen Not, weil ich mich im großen Schaden sehe. Je größer der Schaden, umso größer die Krankheit, umso schlimmer die Krankheit. Deshalb muss im Geist des Menschen eine Klarheit kommen, wer den Schaden hat. Wer hat hier den Schaden? Wieso wird das hier schwierig zu sagen, die haben den Schaden und die haben den Schaden, aber ich nicht. Jetzt, das wird jetzt ein bisschen hoffentlich nicht zu schwierig, wir müssen in unserem Geist lernen, Dinge zu unterscheiden. und das fiel mir früher auch nicht so leicht, aber die Not lehrt es mich. Das ist die Ehe. Und hier in der Ehe haben wir Weiblein und Männlein. Machen wir es ruhig ein bisschen grösser. so, und dann haben wir die Kindlines hier. So, das ist die Ehe. Wir könnten die Ehe auch eine Firma nennen. Das klingt zwar nicht so angenehm, aber so ist es. ist eine Fabrik. Ja? So. Jetzt bricht der Mann die Ehe. Bricht er sie? Ob er mit der Frau schläft oder es nur ein technisch mächtig ist, ist völlig wurschtegal. Wir wissen, er bricht die Ehe. Er macht also hier so ein großes Loch hier rein. Er bricht die Ehe. Die Ehe ist aber nicht dasselbe wie die Frau, ist es? Die Frau ist ja nur ein Teil des Geschäfts. Sie ist nicht das Geschäft selbst, oder? Man ist ja da, um etwas zusammen zu schaffen. Deshalb ist man in der Ehe. Man ist nicht da, einer für den anderen. zu schaffen, sondern man will gemeinsam etwas schaffen. Aber wir denken, der eine ist für den anderen da als Liebesquelle und als Befriedigung. So denkt also die Frau, wenn er die Ehe bricht, dass sie einen Schaden hat. Die Ehe kriegt einen Schaden, ganz klar, den er vollzieht. Und er hat einen Schaden. und sicherlich werden die hier mit reingezogen in den Schaden. Aber die Frau muss schadfrei bleiben. Wenn sie es versteht. Der Mann bricht also die Ehe, er zerstört die Firma. Aber die Mitarbeiter können es doch überstehen. oder müssen die Mitarbeiter auch zerstört werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, hier der Mann und diese Frau machen Fehler. aber wenn sie auch noch einen Fehler macht, dann wird niemandem geholfen. Diese Frau kann ihrem Mann nur helfen, wenn sie sieht, die Firma hat einen Schaden, aber nicht ich. Dann kann sie etwas tun, um die Firma zu retten. Aber solange sie beteiligt ist an der Firma persönlich, kann sie nicht die Firma retten, sondern sie zerstört sie noch mehr. So, wie muss sie vorgehen in dieser Situation? Sie muss nämlich per Gesetz beide gern haben. Sie muss mit beiden Mitleid haben, weil sie muss erkennen, okay, die zwei machen einen Fehler. Machen sie? Der Fehler betrifft die Firma, aber betrifft nicht mich. Ich bin zwar Teil der Firma, ich kann mitleiden, aber ich selber, mein Leben bleibt erhalten, ist nicht in Gefahr. Ich will aber die Firma halten, weil ich an der Firma etwas habe, ich möchte sie lieben und ich möchte dem Mann helfen. Wie kann sie ihrem Mann am besten helfen? Wie muss sie vorgehen? Braucht sie da einen Ratgeber? Was muss sie tun? Aber was würde die Liebe tun für ihren Mann? Was würde das Mitleid, das sie hätte in ihr bewirken, das sie tut? Kann sie ihn halten? Sie kann so oder so nicht halten. Das Ding ist ja eh kaputt. Die Frage ist nur, kann ich etwas helfen zu reparieren? Ich muss deshalb verstehen, wo bin ich gefangen? Und ich habe ihr einen einfachen Rat gegeben, den sie tun muss aus Liebe für ihren Mann. Das kam ja so, dass ich alle zur Beratung hatte, nicht wegen der Situation. Er kam wegen seiner Probleme mit ihr, sie kam wegen ihrem Verliebtsein in den anderen, ohne mir zu sagen, wer das ist, und die kam und sagte ihre beste Freundin, und dann habe ich gesagt, okay, ist das deine beste Freundin, und so kannte ich dann die ganze Geschichte. Wenn man unterwegs ist als Berater und in einer gewissen Stelle ist, dann erfährt man sehr viel über einen Ort, wenn man fünf Leute aus einer Gemeinde hat, die zur Beratung kommen. Erfährt man große Dinge, weil man sieht, wie die Dinge letztendlich zueinander stehen. So, ich kenne sie alle, und sie ist aber die am meisten in Not. Ich habe ihr ganz klar gesagt, sie soll von ihm wegkommen, ohne sich zu verabschieden. Ja, habe gesagt, abbrechen, zu deinem Mann hinwenden. Sie mag ihren Mann schon zweieinhalb Jahre nicht mehr. Seit zweieinhalb Jahren gibt es hier keine Intimität. Ich erkläre ein bisschen die Geschichte des Mannes. Der Mann, dem sage ich, er soll seine Probleme lösen. Er muss sie ja lösen, die Liebe hat eine Lösung. Er sagt aber, wenn ich meine Frau vor eine Wahl stelle, dann mag sein, dass meine Frau sich von mir trennt, weil sie ist ja entschlossen, sie hat ja die Fäden in der Hand und dann werden meine zwei Kinder, meine Schwiegermutter aufwachsen und das will ich vermeiden. So lebt er in einem Haus mit ihr in so einem Zustand gesund oder ungesund aber er unternimmt nichts weshalb nicht wem will er nicht schaden sich selbst sein Handeln mag nobel erscheinen oder ist null nobel null liebevoll weil er hat eine Aufgabe er muss die Dinge erledigen aber er erledigt sie nicht aus Bequemlichkeit und aus Eigennutz ist nicht Liebe so ich hoffe dass wir ein bisschen die Balance sehen die Liebe hat klare Vorstellungen wie man etwas lösen muss und nicht Liebe ist nicht eine Passivität die sagt naja ich weiß jetzt nicht was ich tun nein im Zusammenwirken mit Gott weiß ich wie kann ich das Herz meiner Frau wieder gewinnen und ich muss mich anstrengen oder nicht ich muss etwas tun weil ich liebe doch den anderen oder will ich ihn schaden lassen den anderen wenn ich ihn liebe ja oder nein nein weil ich identifiziere mich Christus warum kam er auf diese Welt warum kam wer hatte den Schaden er nein er hätte auch im Himmel bleiben können und wir werden sterben können er lebte vor uns und er lebte nach uns er hat er ist nicht abhängig von uns aber er sagt ich kann doch meine armen Kinder nicht ihm schaden lassen ich will sie lösen und Mitleid und Liebe trieb ihn auf diese Welt zu kommen um uns raus zu holen anstrengend oder nicht anstrengend wie viel Anstrengung hat es ihm gekostet Blut tropfen hat er geschwitzt einer von uns schon Paulus sagt hat jemand von uns schon im Kampf gegen die Sünde Blut geschwitzt keiner also ich zumindest nicht Jesus kam auf diese Welt nicht um hier zu spazieren zu gehen weil uns zu erlösen uns den Fehler zu zeigen uns aus dem Schaden heraus zu bringen hat ihn alles gekostet und wenn ich wirklich liebe dann bin ich bereit für den anderen was zu tun ich stehe nicht passiv und sage naja jede Sache ich kümmere mit Kinder und was auch immer passiert das ist nicht Liebe wenn man Dinge nicht erledigt ich weiß es nicht was sie gemacht haben sie sagte mir sie mag ihn nicht mehr in seinem Charakter ja vom aussehen war in den zehn jahren sagt sie nicht sehr viel verändert aber sie mag ihn nicht in ihrem Charakter so sage ich mach nix du kannst es lernen wenn du willst oder sagt sie dass sie mich wieder berührt das kann ich nicht mehr raushalten du brauchst einen Erlöser oder können wir es mit einem Erlöser können wir über unser eigenes Ich springen und sagen okay wir kommen ans Kreuz und wir können jemanden aushalten in einem schlechten Charakter können wir wie hat Gott uns geliebt als wir einen guten Charakter hatten ja kam er auf diese Welt und sagt ah ich bin für der Petrus ist der beste Charakter den ich habe nicht und der Judas und war das der Johannes sagt lass Feuer von mir fallen nicht da hatte eine Stadt nur verboten dass sie durchgehen soll und die Donnersöhne sagten das ist die Todesstrafe wert ich sprach letztes Wochenende über das Telefon mit einem Ehemann der sagte seiner Frau du hast mich verraten auf Verrat steht die Todesstrafe aber ich töte dich nicht weil es noch diese Kinder hier gibt das ist sehr liebevoll oder nicht ein gläubiger Mann auf Verrat steht Todesstrafe und ich muss sie jetzt an dir vollziehen weiss ich sage ihnen wir haben ja keine Ahnung was passiert ich hätte nicht gewusst was in dieser Welt los ist aber in meiner Praxis weiss ich was los ist ich weiss was in den Familien vor sich kommt am Wochenende bin ich unterwegs und komme auch unter christliche Gemeinden und ich weiß dass in der christlichen Gemeinde dasselbe los ist wie in meiner Praxis weil wir haben ja nicht verstanden wozu wir eine Erlöser brauchen wir haben nicht verstanden was muss geändert werden in unserem Leben und was muss ich tun kostet es mich Überwindung das Herz eines Anderen zu gewinnen ja oder nein so natürlich es kostet auch ihr Überwindung das Herz ihres Mannes wieder zu gewinnen und wieder zu kommen damit sie dem Ehebund treu sind dem sie ja geschworen haben treu zu sein weil wenn sie die Firma kaputt machen wer wird sie für die Firma wem gehört die Firma wem gehört die Ehe Gott so wessen Firma zerstören sie würde sie sagen hallo kommt das machen Rechnung heute warum hast du die Firma zerstört die ich die ihr von mir geschlossen hat ja er ist ja wo man die Firma schließt jede Ehe wird vor ihm geschlossen ja jede Ehe in den Ehebund reingeht geht in einen Bund rein den Gott gemacht hat so mit mit denen habe ich gesprochen jetzt diese Frau hier braucht muss so zwei Menschen eine Maßnahme ergreifen ja am schwierigsten ist es ihrem Mann gegenüber sie will ihn ja behalten will sie sie will ihn behalten sie kennen sich schon seit der Kindheit zusammen aufgewachsen kennen sich gut hat ein gutes Verhältnis all die Jahre und jetzt verguckt er sich in diese andere Freund so sie will festhalten an der Ehe sie will an ihm festhalten um wessen willen um der Ehe willen oder um ihres willen also wenn es etwas geht wenn es um meinet willen geht muss ich Kompromisse eingehen ich muss also irgendwo in ein Geschäft eingehen so versucht sie ihn ja und fünfmal verspricht er aber er kann sich nicht daran halten warum fällt er fünfmal er hat keine Angst weil ihm nicht die Konsequenz bewusst ist was mit seiner Firma passiert wenn er so weitermacht wer muss ihm die Konsequenz zeigen wer die Frau die Frau muss ihm zeigen schau wenn du so weitermacht und ich habe ihr empfohlen sie soll sagen wenn sie will kann sie ihm einmal noch verzeihen aber das ist das letzte Mal und dann muss sie die Ehe für immer beenden das klingt hart oder aber ist liebevoll sie muss es mit Liebe tun zu ihm weil er sonst nicht sich Rechenschaft gibt was er tut es geht um ihn nicht um sie wir können dieselbe Handlung aus Egoismus tun aber dann ist sie verbittert sie muss es um sein Willen tun und er sagt er lasst uns noch ein bisschen warten sechs Monate bis der Junge der Älteste sein Abitur besteht dass er nicht in diese dass er nichts mitkriegt ja gibt mir ja so versteht ihr die was sage ich ihr ich sage ihr es gibt keine Wartezeit in manchen Entscheidungen es es gibt Entscheidungen die müssen heute passieren wenn ich sie nämlich sechs Monate weiter lasse passiert nur noch schlimmeres ja wir können Dinge zurücklassen wenn wir nicht wissen wie wir handeln sollen aber dort wo Klarheit herrscht wie man handeln muss ist das Handeln sofort notwendig so heute wenn sie will kann sie zwei drei Tage ihm Chance geben zum Nachdenken und dann muss sie sagen die Ehe ist dann endgültig dann hast du deine Ehe verloren hast du mich verloren dann hast du deine zwei Kinder verloren und dann wirst du gucken deine Reputation das kommt dann in die Öffentlichkeit und dein ganzer Ruf alles geht den Bach runter willst du das du tust es dir an aber es muss etwas geschehen dass du die Konsequenz die Folgen siehst dessen was du tust viele kommen heute und sagen ja warum musste Christus am Kreuz sterben und gucken das an von einer philosophischen Weise hätten wir je gewusst wie schlimm die Sünde ist hätten wir je gewusst welche Konsequenz sie hat wäre nicht gestorben am Kreuz hätten wir je gewusst wie sehr Gott die Sünde hat und wie schlimm sie ist würde sie nicht dargestellt was sie kostet und was sie nach sich zieht so sie muss helfen wenn sie das tut und ihrem Mann die Konsequenz gibt und er weiß sie meint es ernst es wird aus sein und nie mehr zurück gehen dann mag er die Kraft haben zu sagen ich will das nicht verlieren was ich habe dann mag eine Chance sein dass er sagt okay und ist sie wie sie ist und weil sie sie ist es nicht wert weil wir müssen ja abwägen oder wegen dem was ich habe und gegen dem was ich kriege und wenn er versteht dass das was er verliert ist größer wie das was er hat dann wird er bleiben bei dem was wertvoller ist so funktionieren wir als menschen wir können nicht das wertlosere nehmen wir müssen das wertvollere nehmen müssen das das ist so funktionell in uns eingebaut es geht nicht anders so aus diesem Grunde muss er wissen was er tut aber seine Frau kann es ihm nur tun wenn sie weiß ich habe den Schaden nicht den Schaden hat ich tue es aus Liebe für ihn ich bin nicht beleidigt ich habe keine Probleme weil es nicht mich betrifft wie viel sucht die Liebe für sich selbst sie sucht das wohl des anderen die Frucht des Geistes agiert zugunsten des anderen sie mag streng agieren es ist nicht immer Liebe wenn ich lächle und tue wie wenn alles gut ist nein nein das ist nicht Liebe nicht immer Liebe Jesus wird aus Liebe einen jeden Menschen richten müssen Jesus muss aus Liebe auch ein Urteil sprechen er hat gesagt der Vater hat mir das Gericht übergeben und er muss es tun um seinen Willen nein um des anderen Willen und um der Firma Willen um des Universums Willen um der Gesellschaft die rettet werden muss muss Gerechtigkeit vollzogen werden und das ist Liebe es gibt ein kein Konflikt zwischen Gerechtigkeit und Liebe und zu ihr wie muss sie zu ihr sein hat sie ihr einen Schaden gemacht muss sie ihr böse sein sie muss ihr gar nicht böse sein weil sie ist ja auch ein armes Opfer sie kann mit ihr weiterhin Freundin sein ja weil sie tut eine Dummheit es betrifft ja sie der Schaden ja und sie kann ihr natürlich zeigen schau wenn du deinen Mann lieben würdest dann wäre das Ganze nicht entstanden wenn du dich um deine Kinder kümmern würdest wenn du dein Leben aufopferst für die Firma und nicht für dich selbst nach dir selber suchst aber hier finden wir ein Musterbeispiel das wir nach uns selbst suchen wir suchen nach unserer eigenen Befriedigung unseres Bedürfnisse auf Kosten des Bundes den wir geschlossen haben so wir brauchen ein neues Licht wir brauchen Christus der uns zeigt der der die Sünde tut hat den Schaden nicht der sie nicht tut der sie nicht tut der wird zwar mit betroffen vom Schaden die Kinder werden betroffen ohne dass sie was dafür können aber der Erwachsene wird nur dann betroffen und geht kaputt wenn er das falsch bewertet nämlich als sein Schaden die Firma ist nicht sein die Ehe ist nicht mein weil wenn sie mein wäre könnte ich sie brechen dann könnte ich mit ihr machen was ich will sie ist nicht mein sie ist Gottes sie ist ein ein Bund mit Gott nicht mit einem Menschen ein Mensch ist zwar beteiligt aber die Sache ist nicht mein deshalb muss ich wissen wenn jemand fehlt fehlt er sich selbst und er fehlt der Gesellschaft oder der der Ehe aber nicht mir persönlich weil das was ich herausgefunden habe die Ursache unserer 90% von Krankheiten sind ist dass wir den Schaden die Fehler die andere tun als unseren eigenen persönlichen Schaden sehen und das zerstört unseren Geist und unseren Körper weil es ein Irrtum ist nicht eine Realität brauchen wir dazu eine Erleuchtung glaubt ihr wir können es aus uns selbst tun wer von uns könnte wenn uns jemand was böses tut sagen der böse Wicht hat den Schaden nicht ich wer könnte und das ist das was durch die Erlösung in uns stattfinden muss hier muss das Licht der Wahrheit uns erleuchten und hier müssen wir mit Gott lernen gegen das Übel dürfen wir sein aber nie gegen den Übeltäter in in dem Moment wo ich gegen den Übeltäter bin tue ich es um meines Schadens willen bin ich nur gegen das Übel und sehe den Übeltäter als Opfer des Übels dann habe ich Mitleid mit dem Übeltäter und sage okay wie kann ich diesen erlösen aus dieser Sache heraus die Welt wird erkennen dass es eine Erlöse gibt erst dann wenn das Volk Gottes die Frucht des Geistes trägt und zwar indem sie handeln können liebevoll in diesen Situation wo es nicht mehr um uns geht wo wir um der Sache willen und um der Liebe zum anderen willen handeln nicht um unser willen ohne Erlöser ist das nicht möglich ohne dass Christus mein Ich zerstört und ich am Kreuz sterbe so wie Paulus sagt ich sterbe täglich kann ich nicht verstehen dass der Schaden nicht bei mir liegt ich werde immer den Schaden an mir selber sehen und das wird mich früher oder später in meinem Körper selber zerstören das schlimmste an der Sünde ist sie führt zur Selbstzerstörung des Individuums das sie trägt und sie führt zur Selbstzerstörung nicht des Übeltätes sondern des Opfers das ist eine harte Lektion die wir lernen müssen das Opfer das Opfer braucht einen Erlöser die auch ganz klar aber zuerst sie wenn sie einen Erlöser hat wenn sie die neue Sicht der Dinge hat der Schaden haben die anderen wenn sie die neue Sicht hat dann sagt sie okay ich liebe meinen Mann ich will ihm helfen aber nicht mehr meinetwil weil ich habe ja keinen Schaden weil wenn es um meinen Willen geht dass ich den Schaden behebe mache ich es aus welchem Grund aus egoistischem Grund ist nicht mehr Liebe was ich für mich tue ist nicht Liebe mein Geist muss liebevoll zum anderen sein dann ist es Liebe dann füttert es meinen Körper dann bin ich frei von Krankheit aber ich brauche zuerst das Licht dass der Schaden der andere hat und dann kann ich mit Gott zusammen herausfinden wie kann man ihm helfen am besten das mag kosten eine Weile in den Wald zu gehen mag kosten Gebet und Flehen wie soll ich dem anderen das Licht bringen wie soll ich dem anderen helfen dass er sich nicht weiter zerstört er hat den Krebs nicht sie aber sie denkt sie hat ihn also behandelt sie sich anstelle von ihm ist nicht sehr klug so fassen wir zusammen wir brauchen einen Erlöser Christus ist das Licht welches alle Menschen erleuchtet die in diese Welt kommen wie jedes menschliche Wesen durch Christum Leben hat so empfängt auch jede Seele durch ihn Strahlen des göttlichen Lichtes in einem jeden Herzen wohnt nicht nur Verstandes sondern auch geistige Kraft ein Gefühl für das Rechte das ist aus dem Englischen nicht ein Gefühl für das Rechte aber die Sprache ihr seht es ist ein Gedanke für das Rechte ist da ein Wunsch zum Guten aber gegen diese Grundsätze kämpft eine widerstreitende Macht und diese widerstreitende Macht ist unser Stolz und Egoismus liegt ein Neid zum Bösen eine Kraft welcher er ohne Hilfe nicht widerstehen kann um ihr zu widerstehen um das Ideal zu erreichen welches er in tiefster Seele als das allein Würdige erkennt der Paulus sah auch richtig es ist richtig liebevoll zu handeln aber er konnte es nicht erst nachdem er verstanden hat dass wie die Erlösung geht kann er nur in einer Macht Hilfe finden diese Macht ist Christus es gibt nur eine Macht die uns erlösen kann es gibt nur einen Namen unter dem Himmel durch welchen wir Erlösung finden können und das ist unser Heiland das größte Bedürfnis des Menschen ist das Zusammenwirkung mit jener Macht wenn ihr euch alle anderen vergesst wenn ihr diesen Satz nicht vergesst die größte Bedürfnis des Menschen ist das Zusammenwirkung mit jener Macht unser größtes Bedürfnis ist dass unser Geist mit Gottes Geist zusammenwirkt und wir eine Fähigkeit bekommen die wir nicht mehr haben durch den Sündenfall dass wir wieder in der Lage sind die Dinge richtig zu sehen dann werden wir auch in der Lage richtig zu handeln es kostet uns was wenn wir die Welt erlösen wollen aber wir wollen ja nicht die Welt erlösen aber es kostet uns was wenn wir unsere Mitmenschen unsere Liebsten in unseren Familien erlösen wollen kostet uns was oder nicht weil die Fehler sehen wir die Fehler sehen wir sehr schnell und verurteilen können wir auch leicht aber können wir zu Gott kommen und sagen okay es geht nicht um mich wie kann ich wie kann ich dem der Falsches tut wie kann ich dem helfen rauszukommen ohne dass ich es persönlich nehme es muss absolut unpersönlich sein sonst ist es nicht liebevoll sonst ist es mit eigenem Interesse verbunden und nicht nur für das Interesse des Anderen möge Gott uns helfen dass wir in unserem Verhältnis zu ihm in unserer Gemeinschaft mit ihm in dieses Zusammenwirken kommen wo wir lernen wie wir in den schwierigen Situationen die richtige Blickrichtung haben und auch die richtige Strategie zu handeln dort wo wir handeln müssen es gibt Situationen da müssen wir nicht handeln aber es gibt andere Situationen da können wir nicht darum da müssen wir handeln ob es uns passt oder nicht und da brauchen wir einen Ratgeber ich kenne keinen ich kann zu keinem Menschen gehen und sagen gib mir Rat ich kenne nur ihn und jeder von uns kann diesen Rat abholen Jesus sagt durch Jakobus schreibt er im Jakobus 1 Vers 5 wer da Weisheit mangelt der bitte Gott der da gibt einfältig der da gibt ohne was zurückzuhalten aber wann hast du Gott zuletzt konkret um Weisheit gebeten nicht so halbwegs sondern hier diese Situation zeigt mir wie soll ich jetzt prinzipiell nach dieser Sache handeln und die Prinzipien stehen alle in seinem Wort fest alles wofür wir wie wir handeln sollen ist schon festgelegt wir müssen es nur entdecken und müssen sagen okay du hast so gehandelt wir haben dich als Vorbild und jetzt handel ich so wie du und indem ich durch den Glauben das umsetze was ich verstanden habe habe ich die Kraft und es geschieht und ich komme aus der Sache raus und lerne Tag für Tag in diesem Prozess bin ich ich hoffe ihr auch und wir wollen darin wachsen bis eines Tages die Frucht komplett da ist nicht nur Teile nicht nur ein paar Prozente ich möchte das eines Tages die Frucht des Geistes das heißt dass mein Geist und Gottes Geist so in Übereinstimmung leben miteinander das Zusammenwirken so ist dass ich nicht mehr unterscheiden kann welches ist mein Wille und welches ist Gottes Wille weil es ist zu einem Willen geworden nicht ja dass man überzeugt ist es ist so ja man ist von der Liebe Gottes überzeugt worden Amen Amen Vielen Dank.